Hallo, Alma. Ich bin Tom. Ich muss zugeben, Sie haben wirklich Geschmack. Es ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Dass er eine Maschine ist? Alle sind begeistert von dir. Natürlich nicht. Doch sind nicht gerade die unerfüllte Sehnsucht die Quelle dessen, was uns zum Menschen macht? Unmück Untertitelung des ZDF, 2020